Das muss man sich wirklich mal anschauen, weil sonst denkt man so, der Typ spinnt, aber ich lüge nicht, es ist wirklich wahr, es ist alles hier drin. Dieses Tiny House ist 2,55 Meter breit, weil die Straßenverkehrsordnung das so will, breiter darf man nicht auf die Straße. Und der Raum hier innen drin, der ist gerade mal 6,5 Quadratmeter groß. Es gibt aber hier hinten noch so eine Art Abstellkammer und oben gibt es auch nochmal ein verstecktes Gästezimmer. Aber die Wohnung an sich, die wir 100 Euro Wohnung nennen, ist nur ungefähr so 6,5 bis 7 Quadratmeter groß und das wäre die hier. Wir haben hier eine Deckenhöhe von 3,60 Meter und das haben die meisten Neubauten nicht. Also es wirkt klein, ist aber in manchen Punkten sehr viel luxuriöser als jeder Neubau. Die Leute sind irgendwie sehr, sehr neugierig, weil die schon irgendwie auch hinter so einer Holzfassade dann irgendwie irgendwas Heimeliges erwarten, was Kleines. Aber wenn sie dann drin sind, dann wirkt es doch sehr viel größer. Ich meine, das hat ja eine Küche und auch ein Badezimmer und sogar noch oben ein Büro und noch ein Schlafzimmer und hier vorne halt eine Wohnküche und das alles nur auf 7 Quadratmeter. Das glauben viele nicht. Die Frage ist, was ist Wohnen? Und wenn man Wohnen beschränkt auf Schlafen, Kochen, Duschen und auf Klo gehen, dann kann man das. Ich bin dabei der Meinung, dass um glücklich zu sein, man mehr machen muss als Wohnen. Man muss leben. Und Leben heißt, dass man an dem Ort schläft und seinen Lebensmittelpunkt gestalten kann, wo man will. Und nicht von außen festgelegt wird, sondern ich selber bestimme, wo ich sein kann. Das hat was mit Mieten zu tun, dass ich mir das leisten kann. Das Zweite ist Gemeinschaft, dass ich die Möglichkeit habe, in der Nähe von Leuten, die ich mag, denen ich vertrauen kann, zu sein. Stimmt, also eine Legebatterie oder ein Gefängnis, sagen manche auch, oder eine Hundehütte ist ja größer als das, was wir machen. Aber mich überzeugt dieses Argument nicht, weil die schönsten Momente hatte ich im Urlaub in einem Zelt oder im Auto auf der Highway 1 an der Küste von Kalifornien. Und so ein Auto hat sehr viel weniger Quadratmeter als das. Und ein Zelt hat noch weniger Quadratmeter. Also die Quadratmeter, die Größe ist nicht entscheidend dafür, ob ein Mensch sich wohlfühlt. Das sind andere Dinge. Mein Traum ist, dass jeder Mensch wohnen kann, ohne einen Cent zahlen zu müssen. Bedingungsloses Grundwohnen nenne ich das. Und man kann sich das jetzt noch nicht vorstellen, aber mit dem Wasser konnte man sich das ja auch noch nicht vorstellen, vor 50 Jahren. Und jetzt ist das Realität. Jeder hat Wasser und Trinkwasserqualität sofort aus der Wand. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Und irgendwann wird man Essen und Wohnen zu Grundnahrungs- oder zu Grundbedürfnissen zählen, die geschützt werden müssen, die frei sein müssen von Spekulationen. Bis zum nächsten Mal.